Wir hätten eigentlich heute Kleingruppensonntag, eigentlich war die Predigt auch am Freitag schon fertig, eigentlich. Nun stehe ich hier und habe eine andere Predigt für euch und ich denke, das ist auch gut so, dass wir das machen. Was mir aufgefallen ist, als wir über Kleingruppen nachgedacht haben und über den Kleingruppensonntag war, dass ich gedacht habe, jetzt treffen sich Menschen vor einem Bildschirm in einer Kleingruppe und sind eigentlich mitten dabei, vielleicht auch sich mit Leuten zu treffen, mit denen sie sich vorher gar nicht getroffen haben. Vielleicht entstehen auch völlig neue Kleingruppen vorm Bildschirm oder vor dem Tablet oder wo immer ihr gerade seid und man merkt, das ist ja gar nicht so schlecht, dass wir uns mal kennenlernen, dass wir endlich mal Zeit zusammen haben, miteinander hier auf dem Sofa zu sitzen oder am Küchentisch oder wo immer ihr gerade seid. Vielleicht läuft da gerade etwas, was wir gar nicht so planen konnten natürlich. Was aber genau reinpasst in das, was wir eigentlich wollen, nämlich auch neue Gruppen zu starten, zu überlegen, was könnten Gruppen sein, die jetzt auch an den Start gehen, was sind Beziehungen, die jetzt auch vielleicht ganz neu entstehen und geflochten werden. Wir wollten eigentlich mit dem Kleingruppensonntag Lust auf Kleingruppen machen und das passiert vielleicht hoffentlich auch vor den Bildschirmen, dass ihr merkt, okay, wenn wir abgeschaltet haben, dann können wir auch ganz entspannt weitermachen und noch was essen, vielleicht noch zusammen beten und haben eine gute Zeit zusammen. Ich fände das richtig, richtig klasse. Und wir haben eigentlich für heute Karten vorbereitet. Das sind solche Start-up mit einer Kleingruppe Karte. Die haben wir auch für euch mal eingeblendet. Die haben wir inzwischen auch auf unsere Homepage gepackt und man kann sich dort einfach auch reinklicken und kann das als ein Webformular auch ausfüllen. Kann sagen zum Beispiel, ich habe Interesse an einer Kleingruppe oder an einer Zweier-Dreierschaft oder auch an einer Kleingruppe auf Zeit. Man kann auch Bemerkungen hinterlassen und da kann man also gut sagen, zum Beispiel, ich möchte eigentlich ganz gerne in so einer Wohnzimmer-Livestream-Gruppe sein oder so und da werden wir gucken, dass wir euch irgendwie verbinden und das hinkriegen. Falls du denkst, ich sitze gerade hier allein und ich würde gerne nicht alleine sitzen, dann werden wir das gerne irgendwie möglich machen. Fest steht im Moment, wir erleben eine echt krasse Zeit. Also ich habe sowas in meinem Leben noch nicht erlebt. Dass es Gottesdienste gibt, die ausfallen, hier und da vielleicht okay, aber jetzt bundesweit sozusagen nicht nur in einer Stadt oder in einem begrenzten Gebiet und wir erleben gerade ja medial auch sehr stark auch aufgearbeitet und ja täglich eigentlich auch in verschiedenster Weise ja fast schon stündlich oder minütlich auch abgedatet. Wir erleben gerade eine Krise, die global ist und die eine tödliche Wucht hat. Viele unserer Mitmenschen haben Angst und das kann ich auch gut verstehen, dass man sagt, ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich bin eigentlich super dran. Normalerweise, ich habe eigentlich jetzt einen Urlaub geplant, jetzt kann ich das nicht machen. Das wäre noch vielleicht ein kleineres Problem. Es sei denn, du hast den Urlaub deines Lebens geplant und kannst ihn jetzt nicht antreten. Das ist natürlich auch echt ziemlich blöd. Andere gehen einkaufen. Und ich habe mir sagen lassen, dass Toilettenpapier gerade sehr gefragt ist. Ich frage mich manchmal, warum eigentlich? Weil im Grunde genommen kann man jetzt so viel damit auch nicht anfangen. Gut, man kann sich damit auch die Nase putzen. Im Postillon waren da einige Artikel, wie man also Rezepte machen kann mit Nudeln und Toilettenpapier. Also irgendwie so, ich würde die jetzt nicht essen persönlich, sage ich, nee, also ihr lieber nicht so, aber irgendwie ist Toilettenpapier gerade so der Renner schlechthin, neben Desinfektionsmittel. Das wiederum kann ich verstehen, aber das Erste ist deutsch befremdlich. Also ich würde Kerzen kaufen zum Beispiel. Wer weiß, ob der Strom noch da bleibt. Nein, das war ein Scherz. Also irgendwie so, muss man gucken, wie es weitergeht. Und meine Predigt hat deswegen auch genau den Titel, das Leben geht weiter. Das ist die gute Nachricht, finde ich, die man in diesen Tagen auch einfach mal hören muss. Das Leben geht weiter. Wir sind nicht am Ende der Fahnenstange. Wir wissen nicht, wie lang das jetzt ist mit dieser Krise. Wir wissen nicht, was das alles bedeutet. Am Freitag wurden ja auch bei uns in Niedersachsen die Schulen und Kitas geschlossen. Zunächst mal bis irgendwie den 19. April. Sehen, wie es da weitergeht. Das wird auch sehr, sehr spannend. Meine Kinder freuen das gerade, aber ich weiß auch nicht, wie lange die sich daran freuen, weil irgendwann werden sie doch auch mal Hausaufgaben machen müssen oder Englisch lernen oder wie auch immer. Das Leben geht aber weiter. Und irgendwann ist diese Krise vorbei und wir werden zurückblicken und werden feststellen, stimmt, jetzt ist es vorbei. Jetzt beginnt wieder Normalität. Meine Frage ist, was machen wir eigentlich jetzt in der Zwischenzeit, bis es dann irgendwann vorbei ist? Gibt es da vielleicht Ideen für, die man entwickeln könnte? Und ich möchte gerne ein Zitat von Winston Churchill bringen, der Folgendes gesagt hat. Never let a good crisis go to waste. Auf Deutsch, lass nie eine dicke Krise im Müll verschwinden. Das sagt jemand, der selbst durch Krisen gegangen ist. Churchill hat mal in New York, ist er von einem Auto angefahren worden, weil er hat als Engländer in die falsche Richtung geguckt und wurde dann plattgemacht, hat das gerade so überlebt. Churchill hat einige Krisen in seinem Leben durchgemacht, nicht zuletzt natürlich auch im Battle of Britain. Einige der Krisen, die er erkannte und der er durchgemacht hat, die waren potenziell tödlich. Aber in diesem Satz, lass nie eine dicke Krise im Müll verschwinden, steckt auch ein Stück Lebenserfahrung, steckt auch die Überlegung, hey, Moment mal, vielleicht ist diese Krise nicht nur eine Krise, sondern auch eine Chance. Vielleicht geht es darum, jetzt gerade in dieser Zeit auch weise und umsichtig zu handeln. Vielleicht geht es darum, die Zeit auch zu nutzen und eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken und sich dem vermeintlichen Schicksal zu ergeben. Auch der Apostel Paulus hat ähnliche Krisen durchlebt. Wer das mal nachlesen will in 2. Korinther 11, er wurde mehrfach, hat der Schiffbruch erlitten dreimal, er wurde einmal gesteinigt und der war so eine wandelnde Narbe. Und als er einmal im Gefängnis saß, da schrieb er folgende Verse. Freut euch in dem Herrn, alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lasst kund sein, allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Paulus bringt hier eigentlich sehr knapp, sehr präzise, sehr spezifisch auf den Punkt, worum es in einer Krisenzeit geht. Ich möchte auf vier Kernaufforderungen eingehen, die in diesem Text zum Tragen kommen. Erstens, freue dich. Das ist jetzt nicht gerade das, was ich empfinde, wenn ich die Nachrichten anmache. Da freue ich mich jetzt nicht unbedingt. Es ist auch nicht unbedingt sozusagen der erste Gedanke, den ich morgens habe, wenn ich aufwache. Aber zweimal betont Paulus hier die Freude. Freut euch in dem Herrn. Und abermals sage ich, freut euch. Es gibt auch in jeder Krise und wenn man sich antike Gefängnisse anguckt, vielleicht wart ihr schon mal in einem Gefängnis, allerdings nur als Tourist zu Besuch dort. Das waren keine schönen Orte. Und da zu sagen, hey, freut euch mal, freut euch mal ein bisschen mehr und das aufzufordern, bedeutet doch im Grunde genommen nur Folgendes. Du kannst dich entscheiden, ob du in deinem Leben, in deinem So-Sein, in deinem Dasein etwas Erfreuliches findest und siehst oder nicht. Mir ging es so, es geht mir total auf den Keks. Das ist wie amputiert sein, dass ich niemanden umarmen kann oder die Hände schütteln. Das bin ich so gewohnt. Das macht man nicht nur wegen Etikette, das ist einfach auch nett, finde ich. Und jetzt kann ich das gerade nicht machen. Und ich merke gerade, da ist etwas, was für mich völlig normal war, was ich nie irgendwie auch nur in Zweifel gezogen hätte, dass es ein Problem geben könnte, jemanden zum Umarmen oder die Hände zu schütteln. Und plötzlich merke ich, wie mir etwas fehlt, was völlig selbstverständlich ist, was hoffentlich bald wiederkommen wird. Kein Thema. Aber was im Moment wirklich fehlt. Und wo ich sage, eigentlich kann ich mich darüber freuen, dass das Jahrzehnte meines Lebens völlig normal war, dass ich Leute umarme oder ihnen die Hand gebe. Und ich merke, es ist gut, sich mal ein bisschen auch Zeit zu lassen und zu überlegen, hey, manche Dinge in meinem Leben, die sind ja jetzt gar nicht schlecht. Ich meine, ich habe noch Strom, ihr habt hoffentlich noch Internet, sonst könnt ihr gar nicht zugucken. Ihr habt hoffentlich was zu trinken und genug Klopapier habt ihr wahrscheinlich auch noch. Also alles ist gut. Und die Frage ist, können wir uns nicht auch an diesen kleinen Dingen manchmal einfach auch freuen? Aber sagen, hey, es gibt auch noch eine Menge im Leben, woran man sich freuen kann. Weil die Vögel switchern, egal ob da ein Virus herrscht oder nicht. Die Bäume werden aufblühen, die Osterglocken kommen. Völlig egal, was sonst los ist. Und sich auch an diesen kleinen Dingen zu freuen, vielleicht auch einen Perspektivwechsel einzunehmen, zu sagen, hey, nicht alles in meinem Leben ist im Moment wirklich schlecht. Manches ist auch richtig gut. Auch wenn ich vielleicht an manchen Punkten eingeschränkt bin, wenn manches vielleicht gerade nicht so geht, wie ich es gerne hätte, kann ich mich über viel freuen. Und Paulus schreibt hier, freut euch in dem Herrn. Freut euch in dem Herrn, sagt er. Das heißt, es gibt auch einen Grund, sich zu freuen, auch wenn man sich sozusagen an nichts anderem freuen kann. Man kann sich freuen daran, dass Gott uns liebt, dass er da ist. Nun weiß ich nicht, wie gut du mit Gott unterwegs bist, aber diesen Gedanken mal zuzulassen, dass diese Welt, in der wir leben, die Materie, in der wir unterwegs sind, dass das nicht alles ist, sondern dass es da noch mehr gibt, ist durchaus ein Gedanke, über den man in diesen Tagen mal gut nachdenken kann. Wo man überlegen kann, hey, eigentlich, eigentlich habe ich auch da echt Grund zur Freude, weil Gott noch da ist. Ich werde noch etwas mehr, etwas später dazu sagen. Vielleicht freust du dich auch an der einen oder anderen Beziehung, die du hast, wo du sagst, hey, ich bin dankbar dafür, dass ich jetzt nicht alleine hier vor meinem Bildschirm sitze. Ich bin dankbar dafür, dass wir gleich was zusammen essen können und dass da jemand war, der kochen kann. Ich hoffe es für dich, dass da jemand ist, der kochen kann und das macht einfach auch mehr Spaß, als wenn man das selbst versucht und nicht kann. Aber Versuch macht klug, von daher viel Spaß mit euren Nudeln mit Toilettenpapier. Also, lasst es euch schmecken. Aber der Punkt ist, wenn jemand da ist, der weiß, wie es geht, das ist einfach gut. Es ist einfach schön, da auch zu merken, wie wir uns ergänzen und auch darüber kann man und soll man sich freuen. Und ich weiß nicht, wie euch das geht. Mir geht es meistens so, dass ich feststelle, ich sehe häufig nur auf das, was gerade nicht gut läuft. Und darüber kann ich mich dann aufregen. Was weiß ich, wenn jemand vor mir Auto fährt und das irgendwie nicht verstanden hat, dass wir nicht mehr in der 30-Zone sind, sondern dass hier schon 60 ist, ist. Dann kann ich mich darüber aufregen und merke dann manchmal, ey, wir kommen ja immer noch voran. Es ist doch okay. So schlimm ist das gar nicht. Wir kommen auch noch so ans Ziel, vielleicht nicht ganz so pünktlich. Auch das ist kein Problem. Häufig ärgern wir uns über Dinge, die nicht so laufen, wie wir das gerne hätten. Und das können wir vielleicht gerade in dieser Zeit lernen. Es gibt manchmal Dinge, die laufen so, wie wir es nicht geplant haben und die haben wir aber auch nicht in der Hand. Und die einzige Frage ist dann, wie positioniere ich mich jetzt hier? Was tue ich jetzt? Und wo geht es weiter? Ja, und jeder, der sich mal den kleinen Zeh gebrochen hat, weiß, wie Kleinigkeiten manchmal auch echt wehtun können. Und wie plötzlich ein Zeh, bei dem du dachtest immer, naja gut, der ist halt da und hin und wieder schneide ich ihn auch mal, den Nagel und dann ist auch okay. Aber wenn du ihn mal gebrochen oder richtig fies verstaucht hast, wirst du feststellen, wie wichtig dieser kleine Zeh ist in der Stabilität des Fußes und letzten Endes des ganzen Körpers. Manchmal wird man erst dankbar für die Dinge, die man hat, wenn sie nicht mehr funktionieren. Lass uns also dankbar sein für das, was im Moment geht. Lass uns dankbar sein für die Beziehungen, die wir haben dürfen. Lass uns dankbar sein dafür, dass wir ja eigentlich noch in dieser westlichen Welt, hier in Deutschland, hier in Braunschweig noch ziemlich gut dran sind. Also freue dich. Zweitens, sei gut zu anderen. In der Krise gibt es Menschen und die gab es immer in jeder Krise weltweit. Die sagen sich, jeder ist sich selbst der Nächste. Das sind dann Leute, die rücksichtslos irgendwie unterwegs sind zu hamstern oder wie auch immer. Ich fand es schon sehr interessant, dass am Freitag die Bundeslandwirtschaftsministerin sagte, dass wir absehen sollen von Hamsterkäufen, weil es ist eigentlich genug für alle da, aber wenn jetzt einige alles einbunkern, ist nicht mehr genug für alle da und es dauert lange, bis die Regale nachgefüllt werden. Und dass sie gesagt hat, ey, bleibt mal entspannt. Es ist genug da. Nehmt das, was ihr wirklich braucht und lasst auch den anderen was übrig. Es gibt Zeitgenossen, die jetzt nur an sich denken. Das ist aus meiner Sicht ein echtes Armutszeugnis. Das biblische Gegenprogramm dazu ist relativ einfach. Es lautet, sei gut zu den anderen, weil wenn es denen gut geht, geht es dir auch gut. Hilf deinem Nachbarn. Die entscheidende Frage lautet dann aber nicht, wo kriege ich jetzt noch dies oder jenes her? Die entscheidende Frage lautet, wem kann ich jetzt Gutes tun? Wer ist jetzt sozusagen vielleicht einfach auch gar nicht in der Lage rauszugehen zur Apotheke? Wer kann gerade vielleicht auch nicht mit seinem Hund Gassi gehen? Oder gut, eine Katze muss normalerweise nicht Gassi gehen, aber vielleicht braucht die was zu essen. Wer kann gerade nicht seinen Arztding abholen oder irgendetwas tun und würde sich freuen, wenn ich klingele und sage, hey, können wir für sie einkaufen? Es ist eigentlich eine Kleinigkeit und doch eine große Wirkung. Es könnte sein, dass die Zeit, in der wir leben, auch eine Zeit ist, in der Deutschland ganz neu auch wieder zusammenrückt und man Solidarität spendet, miteinander unterwegs ist. In Erlangen gibt es eine Initiative, die heißt Erlangen hilft und die machen genau das. Sie vermitteln diese Dienstleistungen und ich dachte, das ist eine coole Idee. Da werden Einkäufe erledigt und vor die Tür gestellt, Medikamente aus Apotheken abgeholt oder eben es wird mit dem Hund spazieren gegangen. Das finde ich grandios. Die Frage ist, was ist unsere Antwort darauf, dass Besuche in Krankenhäusern oder Altenheimen eingeschränkt sind? Haben wir eine Antwort darauf? Haben wir da vielleicht auch einen Auftrag, der sich daraus ergibt? Wo gibt es in meinem persönlichen Umfeld Menschen, die alt, krank oder einsam sind? Was kann ich für das Wohl der Menschen in meiner Stadt tun? Gutes tun? Natürlich sollte jeder von uns auch das Naheliegende tun. Ihr kennt die ganzen Hygieneregeln, die überall auch aushängen oder im Netz zu finden sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich, klar. Aber wer noch keine 60 Jahre alt ist, der kann relativ gefahrlos unterwegs sein und kann eine Menge Gutes tun. Wir werden wahrscheinlich in den kommenden Wochen erleben, dass manches, was für uns bisher selbstverständlich war, noch weiter eingeschränkt wird. Das ist zumindest möglich. Da muss man jetzt auch keine Panik kriegen, muss es nur einfach wissen, dass es so ist, aber eben auch wissen, hey, das Leben geht weiter. Es wird auch eine Zeit kommen, wo das wieder gelockert wird und wo wir durch die Krise durch sind. Das Gute ist, wir werden in einer solchen Zeit im Prinzip reduziert auf das Wesentliche. Okay, ich kann nicht mehr irgendwo hinfliegen. Gut, dadurch fällt mir jetzt in der Regel noch kein Zacken aus der Krone. Ich kann vielleicht dies und jenes nicht mehr einkaufen, aber dafür das andere. Ich kann noch eine Menge Dinge tun und machen und ich will sie auch machen. Ich will sie auch tun und manches geht vielleicht gerade nicht. Und wenn man dann vielleicht im Kreise der Familie oder auch mit seinen Freunden zusammensitzt und einfach nur mal sich unterhält, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn man guckt, wo sind eigentlich Menschen in meiner Umgebung, die man vielleicht sonst gar nicht wahrgenommen hat, die alt, krank oder einsam sind und überlegt, wie kann ich ihnen etwas Gutes tun. Vielleicht wollen die das ja gar nicht und sagen, nee, bleibt mir weg. Ja, ich will dein Virus nicht. Okay, aber man kann es versuchen und sagen, hey, was kann ich für sie, was kann ich tun, was kann ich machen, damit es ihnen vielleicht jetzt in dieser Lage besser geht. Also, was kann ich jetzt Gutes tun? Drittens, ein ganz wichtiger Hinweis, sorge dich nicht. Also, ganz ehrlich, mir geht es auf den Keks manchmal, diese Panikmache oder einfach so diese Angst, die sich psychologisch auch verbreitet, wo ich das Gefühl habe, Moment mal, die Welt geht gerade nicht unter. Das ist die gute Nachricht. Sie wird weiterlaufen, diese Welt. Vielleicht nicht mit allen Menschen darauf, aber es wird weitergehen. Und daran müssen wir festhalten. Und was ich feststelle, ist, je mehr du in Gedanken um das Virus kreist, je mehr du da dich mit beschäftigst und alle Nachrichten dir reinziehst, desto größer wird es letzten Endes auch in deinen Augen. Das ist völlig normal. Das ist so der rote Auto-Trick. Falls du dir mal ein rotes Auto gekauft hast, weißt du genau, wovon ich spreche. Plötzlich fährst du durch die Gegend, du siehst nur noch rote Autos. Überall sind rote Autos. Alle Autos sind rot. Vorher hast du die gar nicht gesehen. Wenn du dich ganz viel beschäftigst mit einer Sache, nur darüber nachdenkst, dann wird es dich verfolgen, deine Träume, es wird dich beherrschen, es wird Macht über dich haben. Wir sollten klug mit diesem Virus umgehen, ganz klar. Wir sollten weise und umsichtig handeln, auf jeden Fall. Aber wir sollten nicht diesem Virus Macht geben, die ihm eigentlich gar nicht gebührt, die uns kaputt macht, die uns den Schlaf raubt. Und diese Entscheidung kannst nur du für dich treffen. Du kannst für dich sagen, okay, ganz ehrlich, ich will mich nicht sorgen. Ich will mich nicht sorgen. Ich will es einfach nicht machen. Ich weigere mich, mich zu sorgen. Ich möchte einfach auch in dem Rahmen, den ich habe, mein Leben genießen und weiter fröhlich leben. Jeder von uns kann einen Beitrag dazu leisten, dass andere nicht zu Schaden kommen und dass es den Menschen um uns herum gut geht. Das ist klar. Das hören wir an allen Ecken und Enden und das finde ich wichtig. Aber das Grübeln über dieses Virus, das müssen wir nicht machen. Das können Ärzte machen oder Krankenschwestern, Pfleger. Das können die Menschen machen, die vielleicht an einem Impfstoff arbeiten. Die sollen gern grübeln. Die sollen richtige Grübelfalten kriegen, meinetwegen. Gerne. Aber ich muss mir darüber keine Sorgen machen, sondern ich kann für diese Menschen beten. Dazu komme ich auch gleich noch. Und einfach dafür beten, dass sie Weisheit haben, vielleicht auch irgendwie übernatürlich auf eine Idee kommen, die dann den Durchbruch bringt. Das Leben geht weiter. Das Leben hört nicht auf. Es geht vielleicht anders weiter, als wir gedacht haben. Es wird unterbrochen, aber eine Unterbrechung, eine Pause ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wir werden mal rausgerissen aus einem bestimmten Trott und kommen auch auf andere Gedanken, haben vielleicht auch Zeit für manche Beziehungen, die in letzter Zeit zu kurz gekommen sind. Ich sorge mich deshalb nicht, weil ich weiß, dass Gott mich versorgt. Das ist meine Erfahrung seit mehreren Jahrzehnten. Vielleicht hast du es ähnlich erlebt. Und wenn du sagst, ey, ich kenne das jetzt nicht so richtig, versuch es mal zu sagen, diese Sorge lasse ich jetzt aus der Hand. Diese Sorge gebe ich ab. Diese Sorge möchte ich gar nicht abends mit ins Bett nehmen und morgens wieder mit ihr aufwachen. Das Leben geht weiter. Was mich zu meinem vierten Punkt bringt und dem letzten. Vertraue Gott. Ich habe für mich diese Grundsatzentscheidung getroffen. Ich möchte Gott vertrauen. Egal, was los ist in meinem Leben, egal, ob es drunter oder drüber geht, egal, ob es mir gerade richtig gut geht oder ob ich gerade richtig in den Seilen hänge. Ich möchte meinem Gott vertrauen. Ich möchte dranbleiben bei ihm. Ich möchte ihm einfach auch glauben und Vertrauen schenken, dass er es gut meint, dass er gute Gedanken hat, gute Ideen hat, dass er auch in solchen Krisenzeiten derselbe ist, der die Sonne scheinen lässt, der auch Regen schenkt und in dessen Gegenwart ich ruhig und friedlich schlafen kann. Wenn das in den letzten Jahren so gewesen ist, warum sollte es dann in den kommenden Wochen und Monaten anders sein? Krise hin, Krise her. Gott ist derjenige, der den Überblick hat über mein Leben, auch über das Leben der ganzen Stadt und das Leben des ganzen Kontinents. Deshalb mache ich es mir zum Gebet, dass Gottes Friede nicht nur mein Herz und meine Sinne bewahrt, sondern auch das Herz, die Sinne meiner Nachbarn, meiner Bekannten, der Menschen in meiner Stadt. In dieser so aufgewühlten Zeit brauchen wir einen Frieden, der alle Vernunft, alles Verstehen übersteigt. Ich möchte gerne mit einem Gebet schließen, das Johannes Hartl, der Gründer und Leiter des Gebetshauses in Augsburg in diesen Tagen formuliert hat. Es heißt das Gebet in der Corona-Krise und wir werden dann langsam überleiten in ein nächstes Lied. Herr, wir bringen dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. Bitte tröste jene, die jetzt trauern. Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie. Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung, den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. Wir beten für alle, die in Panik sind, alle, die von Angst überwältigt sind, um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht. Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. Guter Gott, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. Berühre du Herzen mit deiner Sanftheit. Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann. Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist. Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können. Dass du allein ewig bist. Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. Wir vertrauen dir. Danke. Amen.